Viele deutsche Bürger wissen noch gar nicht, dass das digitale Rezept bald um die Ecke kommt. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass sie aufgeklärt werden, dass sie informiert werden. Die Krankenkassen werden es ihre hier zu tun, die Apotheker und die Ärzte sicherlich auch. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass die Bürgerinnen und Bürger sich sicher damit fühlen. Was muss ich tun? Wie muss ich vorbereitet sein? Was passiert im Hintergrund? Deshalb versuchen wir, so viel wie möglich Informationsmaterial bereitzustellen, damit alle in Deutschland rechtzeitig Bescheid wissen, wie es funktioniert.